Abnorme Böcke Ungarn hat unter Jägern einen guten Ruf. Hier kann der Gastjäger auf kapitale Hirsche und Böcke weitwerken. Sind die Böcke kapital und abnorm, ist ihre Trophäe besonders begehrt. Begleiten sie Bobby Jakobsen auf seiner Jagdreise in die ungarische Pusta und jagen sie mit ihm auf abnorme Rehböcke. Musik 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 Musik